Hallo Freunde, konzert 5, konzert wieder meine Freunde, Migu Pablo hat uns einfach alle angelogen, deine Katze lebt noch, Migu L nur für ein bisschen Aufmerksamkeit, hast du einfach behauptet, du hast deine Freunde geschlagen und deine Katze hast du getötet, nur für ein bisschen Aufmerksamkeit, nur weil es nicht mehr läuft, wegen deiner Psychose, wegen diesen ganzen anderen Sachen, die du da gebracht hast, so getan hast, als wärst du schwul und so, Digga, das setzt echt die Krone alles, einfach auf, man, Mann, ist vorbei mit dir, Migu L, lass doch einfach sein und such dir endlich mal eine Ausbildung, mach was aus deinem Leben, Junge, anstatt dir irgendwelche Fake-Sachen ins Internet zu bringen, für ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass du ein bisschen Geld noch verdienst, mein Gott, man muss doch nicht irgendwie bis zum Gig nicht mehr einfach versuchen, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt, Migu L, und hör auf, so eine Fake-Sachen zu machen, so ist nicht gut, Mann, Aufmerksamkeit ist nicht alles im Leben, merkt ihr das, Okay, meine Freunde, ist fast wie du fühlst, bloß, aber dann gleich nicht vergesst, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.